Bäh! Seht dort ein Schatzkoblin, den brauch ich, brauch 100 Gold. Sehr gut trappen, nächstes Mal den Skillshot versuchen nach vorne zu setzen. Warte, ich muss kurz mit der Steuerung klarkommen. Boah, fuck! Wo soll ich denn jetzt hingehen? Weiß ich nicht, wie wir uns verteilen, ich geh runter. Obwohl, wenn ich ein Murky auf der Lane supporte, meinst du das? Murky, ne Murky muss Solo-Lane. Also ich bin auf jeden Fall bei Sorgen, ja. Ja, ich bin ja sowieso hinter den Linien, von daher. Ach so, ja gut. Ja, Y war aufmauten, das wusste ich noch. Ich fliege auf meiner Haustankarte. Seht ihr den glitzernden Staub dahinter? Das sind meine nicht gegebenen Ficks. Richtig nice. Deswegen sind kein Pups. Oh, wir haben eine Zagara, das ist erfreulich. Ne, das ist auch eine Abatour, oder? Ja. Vor allem, ihr Team ist so endlose Fickerei. Du kannst einfach nicht noch mehr ficken, als mit ihrem Team. Guck sie dir an, guck sie dir einfach an. Jeder Champion davon kutzt dir einfach an. Ja, Alter. Vor allem, die Mucke ist neu, oder? Ja, irgendwie. Wieso haben sie wohl Nova und Serratul? Äh, ne ähnlich. Ja, das wäre noch frecher gewesen auf jeden Fall. Ja, und wir haben natürlich Fernkämpfer unten. Mit Abatour. Ja, können wir auch nicht viel machen. Ne. Na ja, ein Abatour kann halt auch nicht viel machen, wenn da ein Fernkämpfer ist. Wir hatten damals ne Gruppe, ne? Da ist Abatour nach vorne gegangen und hat uns versucht zu killen mit Auto-Hit. Nice. Die Bitch-Slaps. Nein! Jawohl. Überraschend eigentlich. Ey, ein Hit auf den Penner. Ernsthaft, nur ein Hit auf den Penner und er wäre gestorben. Aber der Butcher gibt da überhaupt keinen Fick. Ey, nice. Ja, blendender Wirbel, mein Freund. Ich habe selber kurz vergessen, dass ich richtig gut mit Sonja bin. Ja, das kommt irgendwie häufig davon. Ne, ne, nur die Gegner vergessen das in der Regel. So. Da ist jetzt was verwechselt. So. Ich kenne übrigens die Fähigkeiten der Map absolut null. Ah, wir müssen hier so Creeps im Dschungel töten und wenn man 100 davon hat, kann man ein Monster beschwören aus seiner Seite. Direkt wahr. Das habe ich bei Dior Mora schon gemacht. Irgendwas. Ich habe nicht genau erkannt, ne? Wow, ok, da konnte ich dem Morki jetzt nicht helfen. Meinst du, wir kriegen den? Ne, der wird natürlich überjumpen. Großen Bravo und nicht anfangen, wenn die in der Mitte da noch in der Nähe sind. Hier kommen wir und retten Dior. Oder auch nicht. Keiner da. Oh, hey Traped. Hallo. Es geht mit dem Morki schon wieder. Ey, Mann. Los, los, los. Sicher. Ja gut, Morki kann halt da auch überhaupt nichts tun. Wenn nicht, können wir immer noch abhauen. Ne, ich nicht. Oh shit. Mora ist auf mir. Juhu. Ey, nicht mal den Butcher kriegen wir. Der hat doch nicht mal mehr Leben, verdammt. Nice. Na, was? Ich habe doch getroffen. Ja, komm. Wer hätte die zwei Mitte noch mit nach vorne gelaufen, hätte man den Speer getroffen. Soll ich jetzt nicht übertreiben, ne? Ja. Weil, wie der Morki auch Simon heißt, macht mich richtig mad. Simon, der Murlach. Simon, der Murlach. Hilf ich mir. Simon, der Murlach. Simon, der Murlach. Trapped könnte man vielleicht ein bisschen bei seinem Team helfen. Fick sie, Fick sie, Fick sie. Ja, Trapped ist Hotspro, der weiß das alles besser. Ich habe euch gesagt, dass ich nichts kann. Alter, die haben jetzt nur noch ein paar. Das wissen wir ja. So, ich lasse den Murlach hier jetzt, ey. Und dann spiel gleich nicht. Oh, hey Trapped. So, ich wollte mal eben weg. Könnt ja. Oder auch nicht. Trapped lauf. Muss hier weg. Trapped lauf. Ich kann halt nicht so schnell umswitchen. Äh, wer nimmt das Udi oder auch? Ja, ich bin hier. Gut. Vielleicht nicht so die geilste Idee, aber... Hast du vergessen, dass ich richtig gut mit dem Unheuer bin? Alter. Äh, geh auf die Top-Lane. Ja. Renn auf die Top-Lane. Versuch da so viel Schaden wie möglich zu machen. Sobald die ankommen, ziehst du dich zurück und gehst auf eine andere Lane. Diese kommt in der Murlach. Hab ich ja nicht, dass ich in der Alpha 4 gezockt habe? Weißt du was? Interessiert jetzt nicht. Werde jetzt alles anders so schnell. Trapped. Spiel ein bisschen vorsichtiger. Ja. 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 Mein Gott. Ich such grad meine... Du musst ja ein bisschen schneller sein, Mann. Du hast ja nicht so viel Zeit. 18 Sekunden noch, Mann. Entspann dich mal, das soll Spaß machen. Tschüss. Wenn ich hier voll den Ranz scheiß mache, ist ja alles okay, aber... Solange ich hier halbwegs... Ja, das war nass... Schlechter von hinten. Komm, nix schlechter, ja... Oh, habt ihr den Grapp hier sehen? Hammer! Habt ihr den Doppel hier sehen? Hammer! Sollt vielleicht mal kurz unten daffen gehen? Oh ja. Ich renne, weil du mein Schutzschild bist, jetzt nicht mehr, fick dich, yeah... Doch, dein Schutzschild bleibt drauf. Ah, cool. Wo sieht man eigentlich, wer die Kills gemacht hat? Gar nicht. Ist nicht wichtig. Also doch im Moment ganz oben kurz, aber insgesamt nicht. Aber lass dir eins gesagt sein, ich war's. Versuch unten ein bisschen zu pushen. Vor allem Murky wieder scamp machen, was ist los mit ihm? Da kommt der Pro-Murky-Spieler hier und sagt... Ja. So geht das nicht. Der hat grad Soraya, rufend ist die Katze meiner Tante. Alles ist miteinander verbunden. Das stimmt. Die andere Katze meiner Tante heißt Traped und sie ist heute hier im TS. Was? Yeah. Cool. Die schreien mich die ganze Zeit an. Wer? Ja. Ich glaub ich soll ne Runde Hot spielen. Dann war's doch eben schon unten. Ja... Ja irgendwie... Kannst du vorall spielen, der flaunt dich auch. Immer so gut. Immer so gut. Naja. Dann sag ich schon mal, tschüss. Yo, hau rein. Yo, tschö. Tschö. Mach's gut, man. Ey komm, das ist ein One-Hit, nice. Nice. Wow. Was war das gerade? Neu-Murene. Wie kann ich mich denn bitte bewegt? Ey, mein Alter, du musst mal ein bisschen schneller hier machen, man. Alter. Sieh mal zu da. Lel. Echt, Mann. Scheiß Lili, ey. Immer diese scheiß Noopsie, denen man alles erklären muss. Ja, siehst du. Angest du in der Mitte? Warum nur, weil all deine Mitglieder tot sind? Verhebt nach da oben. Was, ihr seid alle tot? Ja. Ja. Dann geh ich halt da oben. Ja, sie selber sind auch tot. Du bist der einzige Mensch, der uns hören kann, sehen kann. Aber auch nur über dieses verhexte Team-Speak hier. Oh, das war ihre Ulti. Nice Ulti. Komplett worse. Jo. Jo. Also sie ist voll am einsam, wenn ihr hintert. Ejo. Ah, sie haben Eos. Das könnte jetzt optimal werden. Machen die oben das Ungeheuer? Anscheinend nicht. Ah, schlechter ist auch auf dem Weg hier gerade gewesen. Da ist er. Machen sie unten das vielleicht? Ne, unten kann ich nicht. Ne, da war auch nur Sylvanas. Ne, da war auch nur Sylvanas. Oh, nice murky Ult. Ja, schön. Von Trapped getötet, KS. Anzeige ist raus. Ich hab einfach nur Schatter abgelehnt. Verdammt. Da oben ist irgendwas oder da im Busch. Ja. Äh, das Viech pusht jetzt Mitte. Ja. Sind gleich fertig. Na, ich pushe unten mit dem. Mit der Ulti. Okay. Ja, versuchen zu deffen. No shit murky, echt. Ich wollte jetzt eigentlich tanzen. Dann ist er gut. Ja. Simon, der Murloc. Simon, der Murloc. Simon. Der Murloc. Fickt alle Menschen in den Arsch. So wie Trapped, der mir wieder Kills klaut. Ja, da mach ich halt gar keinen Fall. Ja. So, ich hab Strumpfstrahl jetzt. Strumpfstrahl? Strumpfstrahl. Strumpfkanone. Oh, der schlechter wieder. Der hat aber auch ein beschissenes Timing hier heute. Tschüss. BTF, ja. Fick dich Keltas. So, der geht rein. Morell, mach mal. Was ist denn das da unten? Ach, da fädeln sich die Abatools oder was? Guck mal, wer da ist. Yeah. Wer nimmt das Ungeheuer? Ich bin gerade beschäftigt. Es tut mir leid. Und ich möchte auch mit Abatools nicht unbedingt das Ungeheuer nehmen. Ich sitze auch. Machst du? Okay, alles klar. Dann bleibe ich hier. Mitte versuchen, wa? Hier ist das wirklich unglücklich, oder? Wenn ich das Vieh nehme. Versuch Mitte. Vielleicht sollten wir uns hier nicht fertig machen. Ah, scheiße. Wir haben da gerade das Camping gemacht. Aber es sind auch welche unten. Ah. Wo ist weg? Ja. Okay. Siehste, Craft macht das besser als so. So. Wie gesagt. Wow. Achso, das soll mich jetzt interessieren, oder was? Entschuldigung. Ja, fickt euch doch. Ja, die Pflanze steht trotzdem noch. Seid ihr mad? Oh, ihr seid gar nicht mad. Scheiße. Hier unten geht's langsam auch nicht. Viel kriegt er euch trotzdem nicht, weil relativ schnell alle wieder da waren. Ne, da ultet er, oder was? Das Wild hat ein bisschen Cooldown noch, ne? Random Ult. Random Ult ist random. Da klickst du ein bisschen Move und Speed. Geil, danke. Ja, konnte ich grad nicht. Ja, konnte ich grad nicht. Kann man jetzt lieber schnell hochladen. Fuck. Ne, ich war mir grad nicht sicher, ob doch... Ne, erhöht den verursachten Schaden und verringert doch von Bewegungsunfähigkeit und so verringert. Ja, war doch richtig, meine Wild. Diese komischen Grafik-Bugs eigentlich nur bei mir. Welche? Ja. Hier sind blaue Striche, die einfach durch die Map gehen. Ne, die gibt's halt Fahrer auch. Alter, ich hab sie jetzt grad nicht wirklich gemacht. Das war richtig frech, ja. Aber ich komm nicht ran, ich komm nicht ran. Lauf. Oh. Hallo. Hallo. War irgendwie nicht so clever von ihr, uns hier jetzt herzulocken, aber gut. Und die Sylvanas stirbt auch noch. Nice. War worse von ihnen. Und das Camp. Hab ich denn jetzt schon wieder einen Doppelkill gekriegt? Ich chill... Naja, okay. Warte. Oh, hey K, das. Das fehlt auch, wenn das Team das bekommt. Ne, ne. Ist da wer von euch vorne? Ne, na gut. Ah, unten ist die Abba-Told. Meiner ist grad oben. Der kriegt auch das Dings. Wreckt. Ha, 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 ha. Und Trapped getötet, KS. Ja, da werde ich auch so rum. Ha, ha, ha. Hey, kann man davon nicht wegkommen, von dieser komischen Welle? Welcher Welle? Keine Ahnung, die wurde von einer roten Welle verfolgt. Okay. Ja, ja. Ist ich grad so spontan nicht. Kann man Monster versuchen? Ja, wir machen hier oben grade das Monster. Ja, dann versuchen wir unten was zu kriegen. Alter, wie lange der Merc hier oben einfach lebt, ey. Unser Monster wächst hoch. Ah, jetzt hat er es nicht mehr geschafft. Ja, wir haben das untere Wall gekriegt. Ja, plus oben ist ein Creep-Camp, das gut furcht. Es, äh, Wer nimmt's Monster, soll ich? Ja, mach. Wo geh ich denn lang? Unten, wa? Wenn die Mitte sind. Und? Ja. Versuch, die müssen... Ja. Versuch unten. Oben wird der push, die müssen versuchen, bitte zu deffen. Oh, mann. Scheiße. Haben sie gesehen. Ihr guckt die Welle. Oder beide. Das desiccate das Ult, ja. Versuch einfach dran vorbei zu flitzen. Aber viel werde ich nicht kriegen hier. Die sind ja sofort gekommen, wir uns stunnen hier die ganze Zeit. Mein Ulti pusht oben gerade. Find's gut. Ja, kommt natürlich ein Scrooge an, ey. Fick hin. Ja, dann ist der unten nicht am deffen. Dann ist hier nur Caiters. Dann steh ich hier, Stingades, in der Mitte. Och. Mal Mitte, hab ich gekriegt. Gibt's auch mal einen Caiters im Gegnerteam, der schlecht spielt? Ne, hast du nur in deinem Team. Ja. Ach nö, warum ultet denn der jetzt auch noch hier? Och man, ich wollte doch nur noch so ne scheiß Blume stellen. Kackviecher. Oh, vielleicht schaffe ich's sogar. Den lebst aber halt einfach immer noch. Ja, den hab ich auch gedodged. Jetzt ultet er hier fürs Monster, oder was? Alter, da ultet der Butcher hier fürs Monster. Das ist heftig. Tschüss. Darf wir ganz jetzt nochmal reingehen? Das Team ist auch da. Sicher, dass wir Teamfighten sollten? Weiß ich nicht. Ne, sollten wir nicht. Okay, ist gleich weg. Weg, weg, weg. Wir sind kein Teamfight-Team, warum gehen wir da rein? Da hätten wir mit... Trape vielleicht noch den Dings killen können, aber... Das hat nichts sollen sein. Hier oben was ihr kriegt? Ne. Ne, der war ja sofort da, der Typ. Irre eben. So, jetzt werden die bestimmt unsere Camps versuchen. Ah ja, Cater spielt halt recht gut mit seinem Scheiß-Skin. Ah ja, hier sind's noch. Ja, das nervt ein bisschen. Du hast Move und Speed. Yeah. Flap kommt zurück. Ja. Ich hatte gerade meine Ulti zwar gezündet, aber die hat nur einen gewissen Radius. Und wenn du da rausgehst und dann im richtigen Moment irgendwie die Stuntons was wirfst. Dürfte ich eine Frage stellen? Nein. Ja. Wieso steht Morell eigentlich die ganze... Also was ist das, was Morell da eigentlich macht? Ne, das ist so ein Verstärkungs-Gem, der gibt dir aus der Base raus Schilde und so ein Zeug. Oh, okay. Und Morell hat keine Ahnung von dem Spiel, deswegen steht da nur noch Base. Bei dem gehen Replays nicht, deswegen... Versuch das so. Ja. Gut, der Kelters hat mich oben abgefangen. Ja, wir versuchen Mitte zu kriegen. Wir brauchen den Scheiß. Scheiß egal, wir brauchen die Mitte jetzt. Mitte ist drin. Und weg. Gerade ist drauf. Zurück. Nein, den kriegen wir. Nice, sehr schön. Und jetzt weg, ja. Ja, der Murphy holt da oben gerade den ganzen... ...den ganzen Kram. Super, dann geh ich gleich runter. Ich komm dann mit. Unten ist anscheinend auch jemand irgendwo. Ah ja, hier war das. Come on, one hit, nice. Sehr schön. Jetzt kannst du das Monster holen, das große. Ja, Abatur pusht in der Mitte. Fuck, jetzt seid ihr nicht geguckt. Mehr können nicht machen oben, das wie ich. Ja, ist doch nice. Iris pusht jetzt A auch. Soll ich wieder unseres nehmen, oder was? Ihr Deft. Okay. Äh, okay, das... Mitte ist auch ne Abatur-Ult. Ich glaube, ich muss mich jetzt gleich von da oben mal zurückziehen. Ich versuch wieder unten, ne, wenn die grad alle oben und Mitte sind. Ja, ich mach hier mal ein bisschen... Ja, die sind echt alle oben da noch. Alle. Ich versuch unten. Ich versuch unten. Morell, sag's Bescheid, wenn ich mich mal, äh... wenn ich hochkommen soll, oder eben flipporten, oder keine Ahnung, ne? Ich zieh mich jetzt, äh, mal unter die Mauer zurück. Ähm... Ja, ihr müsst dringend unsere Mitte defen-trapped, so verreckt. Okay. Ja, ich weiß nicht wie. Geh eben zurück. Viele außer dem Monster durften es nicht sein, die müssen ja mich auch defen. Ja, ja, ist doch noch schon wieder. Ja, ne. Okay, er verzieht sich Richtung Top. Yes. So, komm mal ein bisschen. Das kann ich. Oh, ich hab unten auch noch gekriegt. Das Monster kommt jetzt, äh... Meine Ulti pusht oben, vielleicht kannst du da noch was probieren. Ja, jo, bin dran. Weil der... Ja, Murky sch... Uh. Okay, der eiert hier ziemlich, äh... Schadenlos durch die Gegend. Also der Murky ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. So. Ach scheiße. Scheiß wie. Drecks Silvanas hier. Ja, meine Ulti ist irgendwie auch gestorben. So. Ist hier irgendwer von euch ansatzweise noch näher? Deren Viech lebt halt einfach auch noch. Jaja, ich kann hier nicht viel Schaden machen. So, vorbei. Gut. Das war jetzt nicht so gut insgesamt. Ne. Ja, ich stand hier halt alleine. Was soll ich machen? So. 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 Das ist Simon, der Murloc. Mach mal einen auf болios. So. Und mich hier in das... Vielleicht mal ein Camp mit mir. Ja, mach wirklich schon, alles klar. Geh mal mit mir. Ja, die scheiß Abba-Told kann ja topdeffen gegen unsere Super-Minions auch. Die ist unten, die Abba-Told? Ja, meine, die kann topdeffen, also im Sinne von Super. Achso. Nicht im Sinne von lane. Hier ist der scheiß schlechter. Lauf Thread, lauf. Oh oh. Kann man nicht holen. Nee, nee. Naja, das sind ein bisschen sehr viele hier. Nee, sterbe. Ja, erster Tod. Wenn man da auch irgendwie wegkommt von dieser Scheiße. Boah, ist das ein Schaden? Nee, nee. Das war natürlich jetzt richtig tolle Kacke, aber das war halt das, was im Late-Game mehr oder weniger klar war, dass wenn wir Teamfighten verlieren. Ja, wir hätten echt lieber zum Beispiel das Grundbrecher-Camp machen sollen. Ja, beziehungsweise warten auf der Nachtfahrer. Wir brauchen ja nur noch zwei. Alter, der Berkey geht aber echt. Simon, so geil. Ich zieh grad oben deren Vorab. Ich bin mal weg, na ciao. Hau rein. Jo, hau rein. Ja, top ist down. Ja, unsere auch. Ja, wir haben aber noch eins stehen. Ja, geil. Juhu. Jetzt kommt's halt drauf an, wer mit dem Monster besser umgehen kann. Jo, jetzt haben wir keinen Vorteil. Wir brauchen zwei Stück. Ja. Das werden wir jetzt so eben stehen. Ja, und die sind übrigens lange tot. Wir müssen eigentlich vor und beenden, ne? Mit dem Monster. Ja. Ja. Sonst nutzen die uns weg. Ja, dann geh schon mal einer back und hol's Monster. Ich geh back und hol's Monster. Ich bin jetzt eh nicht mehr nützlich. Über welche gehst du? Botlane. Guck mal, da sind eine Haufen Minions schon. Alles klar. Ja. Ja, hier ist direkt der scheiß Kälters. Kälters ist auch down. Sehr schön. Das Hellfeel ist pervers, ne? Jo. Nicht, dass ich das jetzt schlimm bin, aber... Aber das war die Abba-Tour. Wir haben keine Minions über uns Monster jetzt. Kommt. Jetzt sind sie da. Maut weg, das Ding. Biss auf, Abba-Tour ist drauf. Brauchen wir gleich ein bisschen Heilung noch gegen. Ja. Silvana ist auch da. Shit, zu viel Schaden. Ah, fuck. Achtung, ich... Geh hier auch noch ein bisschen. Schrumpfstrahl. Batscher weg, nice. Die anderen beiden hier. Jawoll, wollen wir beenden hier. Ja, der Grab von mir war eben schon godlike, muss man schon sagen. Okay, nice. War schön. Das Game muss ich sagen. Ja. Erster Sieg mit Murky gefühlt. Ja, irgendwie schon. Irgendwie auch traurig. Ah, der Trapped hat bestimmt zu jeder Zeit, die wusste was er gerade macht. Pfff. Jedenfalls. So. Ah, ich hab Auto fast 5. Siehste.